Total super, die Leute sind alle gut drauf, irgendwie gute Bands irgendwie, totale gute Stimmung. Super nett hier, ist so Family-Treffen, ganz toll. Man muss hier nicht übernachten, man kann gleich nach Hause gehen, duschen, schlafen und dann gleich hier am nächsten Tag wieder hergehen. Man kann ja alles mögliche machen, man kann sich da was anhören, man kann sich da was anhören, also es ist ja überall was los. Die Wackenmacher und die Bands laufen hier rum. Man konnte sich irgendwie totlachen, weil er sich dann die schönsten Ausschnitte von seinem Buch reingezogen hat. Es macht total Spaß, weil ich auch ein paar Bands noch nicht so gut kenne und einfach neue Bands, neue Leute kennenlernen. Man kann Kontakte knüpfen. Ich bin auch immer überlegen, ob ich mir noch ein Tattoo stechen lasse. Vertraue, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020